hallo moin moin liebe youtube süchtigen ich wollte die gelegenheit mal eben nutzen bevor die welt untergeht ein frohes weihnachtsfest zu wünschen guten rutsch und ein erfolgreiches 2013 sofern es dann kommt ja an allen meinen abonnenten ich bedanke mich auch dieses jahr für alle neuen abonnenten die ich da bekommen habe für die schönen videos die ich gesehen habe für die gute schöne community bei youtube und hoffe und freue mich auch im nächsten jahr auf neue interessante videos auf neue abonnenten und ja jetzt mal zum weihnachtsfest meinen viele gehen ja davon aus dass die welt morgen untergeht sollte es dann so sein dann habe ich das wenigstens noch geschaffen video zu lernen mal dazu was mich mal interessieren würde wie feiert ihr denn so weihnachten also ich selber mir bleibt dieses jahr keine andere wahl als mit meiner frau und meinen vielen vielen tieren zusammen weihnachten zu verbringen wir werden uns was schönes zu essen kochen schreibt doch mal den kommentaren was gibt es bei euch so zu weihnachten also bei uns gibt es rinder rouladen mit rotkohl oder rotkraut je nachdem wo ihr herkommen wie ihr das nennt mit kartoffeln eventuell mache ich ja noch eine hühnersuppe zu eine schöne frische und ja schenken tun wir uns eigentlich nicht viel oder so gut wie gar nichts denn wir besprechen das einfach so was wir gebrauchen können und holen das dann werden wir zeit lust und das geld dazu haben ansonsten machen muss einen schönen geselligen abend einen schönen ruhigen vor allen dingen beim gläschen wein ja schreibt doch mal so was bei euch so zu essen gibt wie ihr weihnachten verbringt und in dem sinne ich wünsche euch wie gesagt schöne festtage einen schönen start ins neue jahr und naja falls dann die welt untergehen sollte und ihr da fest dran glaubt dann schickt mir sämtliche wertgegenstände ihr könnt mir eine e mail schicken und dann schickt mir die wertgegenstände bis morgen mittag nämlich alles an denn ihr könnt es dann ja sowieso nicht mehr gebrauchen quatsch so in dem sinne ich wünsche euch alles gute man hört stört und ich hoffe man sieht sich und freue mich wie gesagt auf neue kontakte nächstes jahr auf neue abos und in dem sinne ciao bye euer nordsee mensch euer hans dieter bis dann